Ich bedanke mich wirklich herzlichst bei euch, dass ihr in dieses Haus gekommen seid und ich euch kennenlernen darf. Und ich freue mich so, dass ihr einfach ihr seid und denkt immer daran, ich sehe jeden von euch. Ich sehe jeden von euch, okay? Es ist krass, es sind nur noch sechs und sechs so fabelhafte Menschen und es wird immer, immer schwieriger für mich. Aber ich mache mich damit nicht verrückt. Ich lasse mich einfach weiter vor meinen Gefühlen leiten, denn die haben ich bislang wirklich immer den rechten Weg gezeigt. Insofern schlaf gut. Tschüss. Tschüss.